Moin, hallo, servus miteinander. Heute auf unserem Surfshorn Norddeich YouTube-Kanal der richtige Kite-Trimm oder Möglichkeiten eine Kite zu trimmern. Mein Name ist Michael Vogel und ich führe euch jetzt durchs Programm. Los geht's! Wir befinden uns heute hier am Strand von Uraou. Das ist unsere Base vom Kite College. Alle, die schon mal hier waren, kennen das alles hinter mir. Ich habe euch jetzt hier für den richtigen Kite-Trimm oder für die Möglichkeit eine Kite zu trimmern zwei komplett unterschiedliche Kites aufgebaut. Und zwar auch zwei Kites, die wirklich sehr, sehr viele Trimmmöglichkeiten haben. Und zwar sprechen wir hier einmal von einem Cabriner Chaos, einem reichenrassigen Wavekite. Und auf der anderen Seite einen reichenrassigen Wavekite. Und das sind so die beiden Kategorien, wo man den Endverbraucher, sprich uns, zutraut, einen Kite auch noch selber so weit zu trimmern, damit man auf seine persönlichen Bedürfnisse abstimmt. Alle anderen Kites, die man so kennt, in der klassischen Freeride-Kategorie, da versucht man die Trimmmöglichkeiten so gering wie möglich zu halten, weil natürlich der Trimm auch einiges an aerodynamischem Verständnis mit voraussetzt, damit man seinen Kite, der vielleicht am Anfang bei der Werksauslieferung richtig gut getrimmt ist, am Schluss komplett vertrimmt ist. Und man das Gefühl hat, oh, sein Kite funktioniert nicht mehr richtig. Deshalb habe ich jetzt mal zwei komplett, wirklich komplett unterschiedliche Kites für euch rausgesucht, damit ihr eine Erfahrung oder eine Einschätzung bekommt, wie einfach oder wie kompliziert ist es, einen Kite wirklich mal so für seine individuellen Bedürfnisse zu trimmern. Und wir schauen uns das mal an. Und dafür gehen wir erstmal ein bisschen näher zu dem Kites ran. Ja, wir sind jetzt hier bei den Tipps. Und bei den Tipps habt ihr in der Regel zwei oder auch teilweise drei Optionen. Und zwar einmal in der vertikalen, das heißt, vom Tipp näher Richtung Mittelstrut. Und einmal habt ihr auch noch hier bei den Anknüpfpunkten in der Regel auch ein, zwei oder drei Punkte zum Anknüpfen. Das haben noch relativ viele Kites. Das heißt, hier geht es um die Leinenlänge und hier geht es um den Anknüpfpunkt ein, direkt am Kite. So in der Regel ist es bei den Kites ganz gut beschrieben. Und wer seine Kites schon angeschaut hat, bei Caprina steht jetzt A und B-Setting. Für uns ist ganz klar, B-Setting, die Barkräfte erhöhen sich. Das ist übrigens bei jedem Kite gleich. Umso leichter werden die Barkräfte, aber der Kite wird langsamer. Umso weiter wir mit dem Setting Richtung Tipps gehen, umso leichter werden die Barkräfte und der Kite wird schneller. So, die Knotenpunkte hier, da ist in der Regel genau beschrieben, wo ihr eure Leinen ran machen sollt. Und hier steht More Power, Less Power. So, diese drei Knotenpunkte sind aus unserer Erfahrung, wenn euer Kite neu ist, meist erstmal, je nachdem wie die Leinen vorgetrimmt sind, überflüssig. In der Regel nimmt der Main Connect den mittleren. Dann sollte euer Kite so getrimmt sein, dass der Kite genau im Zenit, wenn er im Zenit steht, dass er weder einen Frontsoll noch einen Backsoll hat. Das heißt, ihr könnt eure Bar anziehen und euer Kite fliegt weder rückwärts noch vorwärts. Sollte das nicht mehr der Fall sein, angenommen euer Kite, fangen wir mal an, fliegt immer rückwärts. Das kennen vielleicht einige von euch. Dann habt ihr die Möglichkeit, über diese drei Knotenpunkte das zu verändern. Das heißt, wenn der Kite immer rückwärts fliegt in den Backstall, könnt ihr hier weiter bei der Knotenleiter nach außen gehen. Damit verlängert ihr eure Steuerleine und könnt unter anderem vielleicht eine verdrimmte Leine so auf, ja erstmal kurzfristig wieder so zutrimmen, dass euer Kite wieder in dieser Nullposition ist. Habt ihr immer wieder Probleme mit eurem Kite, dass er Frontstall hat, dann habe ich hier bei den Steuerleinen die Möglichkeit, praktisch weiter nach innen zu gehen. Im optimalen Fall, wenn ihr merkt, ah ok, ich muss hier schon irgendwas korrigieren, dann ist es aber auch allerhöchste Zeit und solltet ihr sowieso regelmäßig machen, eure Leinen an der Bar zu checken. Die sollten immer gleich lang sein. Wie man das macht, das zeigen wir euch in einer weiteren Folge, wie man eine Bar trimmt. Also, hier habt ihr Verstellmöglichkeiten, um eure verdrimmten Leinen wieder einigermaßen auf diese Nullposition zu bekommen. Das sagt euch sowieso der Kite, wenn ihr bevor ihr eine Kite-Session geht seht, euer Kite neigt Frontstall oder Backstalls zu machen, dann könnt ihr hier umtrimmen. Oft und sehr häufig beobachtet ist, dass gerne bei Lowwind hier der innerste Knoten angenommen wird. So, alle, die jetzt schon länger bei unserem Kanal dabei sind, wissen, oh, 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 schwierig, denn was passiert denn? Ja, gefühlt hat man vielleicht ein bisschen mehr Zug auf der Bar, aber die Kappe, wenn das jetzt Null ist, das ist unsere Anströmungkante ist. So, dann stelle ich ihn so. Jetzt gehe ich nach innen, an den innersten Knoten. So, jetzt seht ihr natürlich auch mehr Fläche von meiner Hand. Mehr Fläche heißt aber auch, mehr Zug nach Lee, mehr Widerstand. Das heißt, diesen Widerstand müsst ihr über eure Beine erstmal wegdrücken, damit ihr überhaupt Höhe laufen könnt. Alle, die länger dabei sind, wissen, Höhe laufen funktioniert besser, wenn die Nase vorne ein bisschen runter schaut, wenn möglichst wenig Widerstand da ist. Wenn man, ne, dann habe ich mit relativ wenig Technik, es ist sehr, sehr einfach Höhe zu laufen. Hier wird es eher schwieriger. Deshalb meine Empfehlung an euch, nicht den innersten Knoten nehmen, um bei Low Wind bei 10, 11, 12 Knoten für euch mehr Höhe zu regenerieren, sondern bleibt beim mittleren und eher den Trim über einen Adjuster einstellen, weil es ist hier nichts anderes. Ihr verkürzt oder verlängert hier euren Adjusterweg. Was anderes passiert hier nicht. Das ist eigentlich dafür gedacht, eben, um eure Leinen anzupassen, wenn da irgendwie was verdrimmt sein sollte. Bei den Steuerleinen. So, wir befinden uns hier bei der, ja, bei den Anknüpfung für die Deepower Leine. Und das ist jetzt ein bisschen spezieller, weil das ein reinrassiger Freestyle-Wake-Style-Kite ist. Und da geht es auch um den Leinen-Slack. Ja, Leinen-Slack heißt, ich springe ab, anhucke und möchte irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, dass der Kite möglichst leicht ist, verschwindet, damit er die Passes leichter machen kann. Und dafür gibt es bei den Wake-Style-Free-Style-Kites gewisse Settings. Und die kann ich mir, ja, individuell auf den Fahrer, auf die Bedienungen einstellen. Aber das zeigt uns auch hier, welche Möglichkeiten, welche Vielfalt es gibt. Weil da braucht man jetzt ein bisschen aerodynamisches Verständnis, was das Windfenster angeht. Was passiert denn überhaupt? Was verändere ich denn? Und jetzt sieht man hier, es ist so schön anbeschrieben, Slack. Und dann kommt auch noch hier plus minus Slack eben. Und aber auch Deepower minus und plus. Das heißt, plus Deepower, die Deepower wird höher, wenn wir hier weiter vorne anknüpfen. Und wenn wir dann genauer hinschauen, sind diese Connecting Points unterschiedlich lang. Das heißt, minus Deepower, umso weiter ich nach hinten gehe, umso steiler steht der Kite wieder im Windfenster, umso weniger Deepower habe ich. Aber umso mehr Slack. Weil umso tiefer der Kite vor dem Absprung mit dem Windfenster nach hinten geht, umso größer wird mein Slack ausfallen. Das heißt, da habe ich drei Punkte. In der Regel gilt es aber auch, umso weiter wir hier vorwandern, umso leichter oder umso größer werden die Barkräfte, umso ruhiger wird der Kite, umso weiter wir nach hinten wandern, umso agiler wird der Kite wieder. Hier ist jetzt speziell eben nochmal der Invalente drin, einmal wieder horizontal, einmal auch wieder vertikal, damit ich nicht nur die Deepower, sondern auch den Slack hier beeinflussen kann. Dann weiteres haben wir, wenn wir weiter vorne reinschauen und weil es so schön ist, ja tatsächlich, wir haben, wenn ihr mitgezählt habt, hier eins, zwei und jetzt gibt es hier noch eine Leine. Und ja, wir haben drei, wir haben insgesamt vorne sechs Anknüpfpunkte und das sind C-Kite. Die meisten C-Kites sind vom Markt verschwunden, weil die zu speziell sind. Die Windrange ist zu klein und ihr braucht viel zu viele Kites. Ja, ist einfach, ja nichts, die Bauer ist kleiner, Windbereich ist kleiner und der ganze Einsatzbereich ist definitiv kleiner. Aber wenn man so gerne Freestyle-Wakestyle ist, dann ist der C-Kite schon das Nonplusultra noch. Bei Caprina ist der Nachfolger der FX, der daran angelehnt ist und der natürlich für mich auch locker reicht. Aber weil man heute sein C-Kite-Liebehaber ist, hat man die noch. Deshalb habe ich auch hier noch einen Anknüpfung mehr, der ist dafür da, dass er schön die Form hält vom C, dass sich der Schirm bloß nicht zum Jellyfischen anfängt. Und ich habe natürlich hier auch noch drei Anknüpfpunkte in der Vertikalen, damit ich die anpassen kann an mein Setting, das ich vorher außen schon getroffen habe. Wenn ich da dann lang mache und da drüben alles kurz und umgekehrt, dann passt das irgendwann nicht mehr so richtig gut zusammen. So, jetzt haben wir hier relativ viele Einstellungsmöglichkeiten. Die wichtigste ist für euch auf alle Fälle die beim Tipp hinten. Die solltet ihr euch mal merken, weil da habt ihr Möglichkeiten eben verdrimmte Sachen ganz entspannt zu regeln. Gut, wir schauen zum Wave-Kite. So, und dann haben wir hier noch den Drifter, den Wave-Spezialisten. Wir schauen hier hinten, alles gleich, das kennen wir schon. Die Brille, also der Anknüpfpunkt hier, die Brille ist ein bisschen länger, aber ansonsten hier auch wieder 1, 2, 3 Knoten und auch einmal Hard-Setting und White-Set, also Soft- und Hard-Setting. Aber ansonsten hier noch nichts Neues. Das kennt ihr alles. Und jetzt schauen wir uns mal hier vorne an. Oh, da wird es spannender. So, jetzt komme ich ein bisschen näher zu euch. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben einmal hier Offshore und Onshore. So, für den Wave-Skirchen, das hat sich sehr, sehr, wo sie vorauskristallisiert haben auch alle Wave-Kites, die so am Markt sind in der Regel, dass ihr unterschiedliche oder sehr, sehr viele Wave-Kites, dass ihr bei den Wave-Kites sehr viel trimmern könnt, weil wenn man in die Welle geht, hat man sich mit der Materie normalerweise auch schon recht stark auseinandergesetzt, genauso wie beim Wake-Skirchen und Freestyle, damit man den Kite auf die Tagesbedürfnisse oder auf sein Revier vernünftig trimmern kann. So, jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, mit den Priels zu arbeiten. Und zwar kann ich jetzt einmal, unser ist jetzt eingestellt auf Onshore. Das heißt, der steht jetzt etwas tiefer im Windfenster. Tiefer heißt, mein Windfenster geht weiter nach hinten, weil wenn ich Onshore habe, brauche ich in der Regel entweder einen größeren Schirm oder ich muss schauen, dass ich meinen Trimmerfall vielleicht so hinbekomme, dass man den Schirm möglichst lange oder möglichst weit das Windfenster nach hinten verschiebt. Das heißt, wenn wir losfahren, schaut euch die Serie an mit dem Windfenster. Das Windfenster, umso schneller wir fahren, in diese Fahrtrichtung, umso weiter verschiebt sich das Windfenster nach hinten. Dass in der Welle der Schirm möglichst tief steht, um eben die Leitungsspannung zu halten, möglichst lange mitfliegt, habe ich hier die Möglichkeit, den Schirm vom Trimmer so zu verändern, dass der eben etwas, und jetzt aufgepasst, bewusst etwas steiler steht. Wenn ich jetzt hier das Offshore-Setting nehme, dann ist es genau andersherum. Da möchte ich möglichst wenig Zug im Schirm haben, weil der Wind ja permanent rein hämmert und mich ja gegen die Welle drückt. Da will ich möglichst viel D-Bauer haben. Denkt an die Kante hier, Anströmungkante, negativer sein. Das heißt, da will ich wenig Widerstand haben, viel D-Bauer haben. Hier Onshore möchte ich eben mehr Zug haben vom Schirm, dass er länger mitfliegt. Das sind die Unterschiede jetzt hier, dass wir hier in der Vertikalen das noch mehr verstellen können. Unsere Settings hier so verändern können, dass der Wave-Schirm praktisch einmal bei Onshore oder Offshore funktioniert. Bei Sideshow müsst ihr gucken, was für euch besser funktioniert. Je nachdem, wie die Welle läuft, ob man dann in Onshore oder Offshore-Dream reingeht. Da müsst ihr ein bisschen gucken, was besser passt für euch. Und natürlich, es gibt bei fast jedem Schirm jetzt eben diese Settings, wenn wir in diesem Spezialistenbereich sind. Wenn ihr normal unterwegs seid im Freeride-Bereich, werdet ihr meistens irgendwo hier das vorfinden. Und wenn ihr Kites habt, die sowohl Freeride oder Freestyle oder Freeride oder Wave, gibt es hier auch schon. Dann werdet ihr mehr Verständmöglichkeiten haben. Dann macht es absolut Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Normalerweise ist das alles sehr, sehr gut am Tuch beschrieben. Ansonsten nachlesen, nachfragen. Weil wenn ihr da den richtigen Trimmer habt, habt ihr so viel mehr Spaß. Das macht durchaus Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil ihr dann natürlich ganz andere Spektrum noch mehr abdecken könnt, als wenn ihr reine Spezialisten habt. Schaut euch das Windfenster-Video noch mehr an. Das hilft euch auf alle Fälle. Kite fliegt immer am Windfenster ran. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für dich der eine Tipp dabei, damit du sagst, Mensch, ja, jetzt habe ich eine Idee, wie man einen Kite trimmern kann. Und wir sehen uns. Ja, vielleicht in Norddeutsch, vielleicht auch hier, aber auf alle Fälle im Wasser. Bis dahin, gerne liken, gerne kommentieren, gerne verbreiten. Wir freuen uns, wenn du mit unserem Kanal wächst und auch lernst. Und besser wird's am Wasser. Bis dahin, ciao, servus, euer Michi.